Herzlich willkommen zur LPM Calliope Mini Karte 4, die Ecken des Calliope Mini. In diesem Video Tutorial widmen wir uns den sechs goldenen Ecken des Calliope Mini. Die beiden oberen tragen die Bezeichnung Minus und Plus. Hierüber kann der Calliope Mini in einen Stromkreis eingebunden werden, um ihn auf diese Weise mit Strom zu versorgen. Die übrigen vier Ecken tragen die Bezeichnung Pin. Sie sind von 0 bis 3 durchnummeriert. Die vier Pins des Mini reagieren auf Mikroströme. Diese Ströme werden vom Minuspol des Mini ausgesandt. Da der menschliche Körper ein ziemlich guter Leiter ist, können Sie den Stromkreis einfach durch Berühren des Minuspols und des entsprechenden Pins schließen. Daher gelten die vier Pins des Mini als berührungsempfindlich. Sie brauchen übrigens keine Angst davor zu haben, einen Stromschlag zu bekommen. Die Ströme sind so gering, dass Sie diese überhaupt nicht spüren. Selbstverständlich kann der Stromkreis auch mittels Leiter, also zum Beispiel Kabeln und Schaltern geschlossen werden. Dabei sind die Pins so gestaltet, dass die Löcher Bananenstecker aufnehmen können. Krokodilklemmen sind ebenfalls eine gute Wahl. Natürlich kann auch mit einfachen Schalträten gearbeitet werden. Theoretisch können Sie diese anlöten, wir raten allerdings von dieser Lösung ab. Die Programmierung der Pins erfolgt über das Eingabe-Element, wenn Pin P0 gedrückt. Lassen Sie uns zum Testen der Pins nun ein Programm schreiben, das bei Berührung eines Pins die entsprechende Zahl 0 bis 3 ausgibt. Öffnen Sie dazu den Editor und starten Sie ein neues Programm. Ziehen Sie nun viermal den Programmblock, wenn Pin P0 gedrückt, in die Arbeitsfläche. Fällt Ihnen dabei auf, dass der Block dreimal ausgegraut ist? Dies liegt daran, weil jede Eingabe nur einmal programmiert werden darf. Ändern Sie die Blöcke nun per Klick auf den kleinen Pfeil im helleren Feld so ab, dass jeder Pin einmal ausgewählt ist. Klicken Sie nun auf den Bereichsblock Grundlagen. Hängen Sie an jeden der Blöcke jetzt einen Programmblock Zeigenummer 0 an und ändern Sie die Zahl entsprechend der Pinnummer. Das war's schon. Kopieren Sie das Programm auf Ihren Mini und testen Sie es. Beachten Sie dabei, dass der Mini tatsächlich auf das Loslassen eines Pins reagiert und nicht auf die eigentliche Berührung. Probieren Sie doch auch einmal aus etwas Pappe einer Büroklammer, drei Musterbeutelklammern sowie drei Dräten einen Lichtschalter zu bauen. Die Programmierung erfordert das Ansteuern von zwei Pins. Ein Pin schaltet die LEDs ein, der andere aus. Ziehen Sie also zweimal den Programmblock Wenn Pin P0 gedrückt in das Arbeitsfeld und ändern Sie einmal P0 zu P1. Hängen Sie nun an dem Block mit P0 einen Programmblock Zeige LEDs an und aktivieren Sie alle LEDs. Im Bereich Grundlagen finden Sie einen Block Bildschirminhalt löschen. Hängen Sie diesen Block an, wenn Pin P1 gedrückt an. Verbinden Sie nun noch den Minuspol mit der Musterbeutelklammer, an der die Büroklammer hängt und klemmen Sie die beiden anderen Musterbeutelklammern an die Pins P0 und P1 an. Herzlichen Glückwunsch! Ihr Lichtschalter ist fertig! Neu in diesem Tutorial waren die Erklärungen der Funktionsweise der Pins, die Einführung des Programmblockes Bildschirminhalt löschen sowie der Hinweis, dass ein Ereignis immer nur einmal programmiert werden darf. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit weiteren Projekten. Bleiben Sie kreativ!